Eine Möglichkeit das Abwasser von Wasserfiltern wie Umkehrosmoseanlagen oder in unserem Fall von Ionisierern abzuleiten, besteht darin eine Siphonklemme zu benutzen. Hierzu muss man ein 8mm Loch für die Schlauchdurchführung in die Spüle bohren. Dazu benötige ich einen Körner und einen Hammer, einen 3mm Bohrer zum Vorbohren, einen 8mm Bohrer zum Fertigbohren und einen 10mm Bohrer zum Entgraten des Bohrlochs. Und natürlich eine Bohrmaschine. Mit Hammer und Körner mache ich eine Körnung an der Stelle, wo das Loch hinkommt, damit der Bohrer nicht verläuft. Jetzt bohre ich vor und fertig und entgrate das Bohrloch mit dem 10mm Bohrer, damit sich niemand an dem Grat schneiden kann. Hier sammle ich die Bohrspäne ein und entgrate das Loch auch von unten. Abschließend setze ich noch die Dichtung in das Loch zur Schlauchdurchführung, damit kein Wasser durch das Loch nach unten läuft. Den Einbau der Siphonklemme zeige ich jetzt nicht im Detail, da ich diese Möglichkeit der Abwasserführung aus 3 Gründen nicht empfehle. Erstens Hygiene, zweitens es ist bedingt rückbaufähig, drittens Abwasser nicht nutzbar. Den 1 Viertel Zoll Schlauch in die Siphonklemme stecken und durch das Loch nach oben führen. Den Schlauch ablängen und einen Bogen darauf stecken, den Sicherungsring anbringen und dann dort den Abwasserschlauch anschließen. Von da aus geht es dann gleich über die Siphonklemme in den Abfluss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017